Leute, schaut euch mal diesen riesen Berg an! Wir müssen jetzt von hier bis ganz nach unten springen und so viele Knochen brechen, wie es geht! Denn wir sind im Knochenbrechen-Simulator, Leute! Und ich glaube, für den Start sind wir schon richtig gut dabei, oder? Oh, warte mal, wie viele Punkte haben wir jetzt und so? Weil wir verdienen jedes Mal Geld, wenn wir runterfallen. Was? Wir haben 10.000 Dollar verdient! Das ist für den Start richtig gut, weil wenn wir 25.000 haben, können wir schon direkt weitergehen! Deswegen, Leute, lasst uns hier weiter Knochen brechen gehen! Let's go! Vielleicht können wir auch da gegen die Felsen knallen oder so? Und dann kriegen wir, glaube ich, mehr Schaden und alles kommt schon! Es muss richtig knacken und zack! Oh, habt ihr das gehört? Oh nein, das war schon richtig schlimm! So, weiter geht's, Leute! Und jetzt haben wir viel mehr bekommen, Leute! Das ist richtig gut! So, nochmal spielen! So, aber Leute, sonst können wir nichts mehr damit holen, oder? Ich habe gerade geguckt, ob es noch einen Job gibt oder so, wo man sich Upgrades oder Haustier holen kann! Ich glaube aber nicht! So, Leute, ich drücke mich jetzt auf Stopp! Und wir können schon den zweiten Spawn aushilfen, weil wir haben jetzt schon genug Geld dafür! Guck mal, da! Hier haben wir den! Zack! Haben wir den schon geholt? Ich glaube... Ah, genau! Hier gibt es noch die Upgrades! Seht ihr? Die Pausen-Level-Springs! Okay, keine Ahnung, was gerade alles bedeutet, Leute! Wir upgraden mal trotzdem hier ein bisschen von allem etwas, damit wir schneller weiterkommen, Leute! So, let's go! Warte, haben wir nicht eben da unten angefangen? Ich glaube schon, oder? Wir sind jetzt ein bisschen höher, Leute! Und wir können jetzt noch mehr Schaden kriegen! Let's go! Zack! Ich muss den Gegenteil! Ja, es hat funktioniert! Weil ich glaube, diese Steine machen ja am meisten Schaden, die ganzen Felsen! So! Dagegen wieder! Da vorne ist ein Baum! Ich glaube, Bäume sind hier auch ganz gut im Spiel! Zack! Der hat mich auch noch mal bekommen! Komm, wir müssen noch weiter runter, bitte! Oh, Leute! Ich glaube, das ist eine richtig gute Runde jetzt! Oh, oh! Komm schon! Wie weit kommen wir? Nein! Ich glaube, ich werde stecken, Leute! Nein! Aber war auch eine ganz gute Runde! Wir haben ihn wieder gut verdient! Aber, Leute, ich will später danach ganz nach oben kommen, Leute! Und von da oben runterspringen! Weil ich glaube, da wird es die meisten Punkte geben! Aber lass sie einfach erst mal wieder weiter runtergehen! Und so viel Schaden nehmen, wie es geht! Oder ist es vielleicht besser, wenn wir gleich von ganz oben nach unten fliegen? Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Schaden! Müssen wir gleich gucken, Leute! Ja, okay! Die Runde war nicht so gut, okay! Und ich upgrade mal wieder irgendwas im Shop! So, Upgrades gibt es noch irgendwas? Ich upgrade mal kurz wieder ein bisschen, Leute! Hier auf Level 2! Das auf Level 2! So! Jetzt habe ich eigentlich so gut wie kein Geld mehr! Aber, Leute, das können wir jetzt nutzen! Weil ich glaube, die Upgrades haben jetzt viel gebracht! So, Leute, jetzt will ich es probieren! Direkt dagegen knallen da unten! Und komm schon, komme ich dagegen hier! Oha, Leute, ihr habt es gesehen! Mein Bildschirm ist so unschafft geworden, oder? Wie krass! Ich glaube, das war eine richtig gute Runde! Bitte! Es muss funktionieren! Und... Ja! Guck mal, wie wir verdient haben! Das war richtig gut, Leute! Mit einer Runde so viel! Ich zeige euch einfach hier immer die besten Roblox-Tricks, Leute! Wenn ihr noch nicht abonniert habt, nicht vergessen! Steinblocks! Wir haben die 10.000 Abonnenten geknackt! Wollte ich auch noch mal Danke sagen, Leute! Vielleicht kommt irgendwann ein Special! Oder wir gucken erst mal weiter, wie es noch weitergeht mit dem Kanal! Weil ich glaube, es kommen gerade voll viele Leute dazu! Oha, die Runde war auch wieder richtig gut! Ich glaube, wir können schon den nächsten Spawn kaufen! Warte! Und... Nein, der ist ja viel zu teuer! Aber uns fehlt nicht mehr so viel, Leute! Wir sollten es gleich schon wieder schaffen! Und zack! Jetzt muss ich wieder so tief halten, wie es geht! Komm schon! Komm weiter, weiter, weiter! Nein! Ich glaube, diesmal ist es nicht so gut! Mal gucken, vielleicht noch dagegen! Wenn ich es schaffe! Zack! Ja! Habe ich getroffen! Und... Ich glaube, die Runde war aber wirklich nicht so gut! Wir sind Stufe 30 gerade da unten! Nee, die war echt nicht gut! Komm, Leute! Ich upgrade sofort nochmal, würde ich sagen! Ich glaube, die Upgrades machen es echt alles viel besser! Ich bin mir sicher! Jetzt wird das viel besser funktionieren! Komm schon! Wir fliegen jetzt richtig weit nach vorne! So weit, wie es geht! Gegen den Baum kommt schon! Und zack! Ich glaube, ich habe ihn getroffen! Bisschen! Zack! Und nochmal hier den Felsen! So! Weiter geht's! Komm schon! Hat die Runde uns was gebracht! Okay, Leute! Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren! Den Steinblock-Kanal hier! Frisch! Ganz neu! Falls ihr das auch nicht getan habt! Ich muss jetzt erstmal ein bisschen weiterspielen, Leute! Und ganz viel Geld sammeln, damit wir zum nächsten Spawn kommen können! Weil so kann das ein bisschen lange dauern! Okay, Leute! Ich habe gerade gesehen, wir kriegen am meisten Geld, wenn wir uns am meisten Knochen brechen! Und wenn wir richtig schnell runterfliegen! Da steht die ganze Geschwindigkeit! Und da stehen wie viele Knochen wir gebrochen haben! 13 Stück! Okay, die Runde war nicht so gut! So, jetzt würde ich einmal sagen, probiere ich so schnell runterzufliegen, wie es geht! Leute, dafür darf ich nichts auf dem Boden berühren! So, wir haben hier 100! Wie viel schaffen wir? 129, glaube ich! Die 130 steht da sogar! Weiß! Und Knochen brechen müssen wir uns noch viel! Wir haben 26 mehr als eben! Das heißt, die Runde war... Die war okay! Aber egal, Leute! Noch maximal drei Runden, dann sind wir endlich bei dem nächsten Spawnpunkt! Da wird es dann, glaube ich, hoffentlich schneller gehen und besser! So! Let's go! Wie viel Geld können wir jetzt wieder kriegen? Vielleicht schaffen wir es mit einer Runde! Wie viele Knochen haben wir? 38 Knochen mehr als eben, oder? Okay, wir müssen noch ein letztes Mal runterspringen und dann haben wir es aber wirklich! So, vielleicht ist es besser, wenn ich die ganze Zeit am Berg bin! Vielleicht kann ich mir so mehr Knochen brechen! Ich habe erst fünf, jetzt habe ich sechs! Ach, da seht ihr das die ganze Zeit! Nein, das war zu wenig! Aber egal, Leute! Wir können jetzt die Map ändern! Schaut hier! Und zwar können wir jetzt hier spawnen! Weiter geht's! Wo sind wir jetzt? Sind wir hier oben! Eben waren wir da unten! Und jetzt sind wir viel höher! Nice! Wir kommen immer weiter! Und guck mal, wo wir hier runterspringen können! Die sind durch! Ich kann nur noch steigen, Leute! Lass mal hier runterspringen! Ich glaube, hier können wir am meisten Knochen brechen, wenn wir es schaffen! So! 43 mit der ersten Landung! Nein, das war viel zu gut! Komm schon, nochmal! Jetzt haben wir schon 67! Leute, es geht richtig gut ab! Komm schon, weiter, weiter! Vielleicht schaffen wir noch die Hunderten dieser Runde! Das wäre richtig gut! Und zack! 96 haben wir! Nein, komm, 97! Und das war's! Aber das sind richtig viele, oder? Leute, schau nicht an, wie viel wir hier verdient haben! 40.000! In einer Runde! Das ist unser Rekord, Leute! Also bis jetzt hier vom Video! Mal gucken, ob wir vielleicht noch mehr schaffen, bitte! 24 haben wir jetzt schon! Komm schon, ich will einmal auf jeden Fall noch die Hunderten schaffen! Das wäre noch ein Ziel für mich! Die Hundertknochen! Wir haben jetzt schon 80 und wir fliegen noch weiter runter, Leute! Und was ist hier mit dem Bildschirm passiert? Das ist gerade alles weiß geworden! Ich hoffe, das war richtig gut! So, okay, mehr Knochen schaffen wir nicht mehr! 90 haben wir wieder, das ist auch okay! Ja, aber die letzte Runde war, glaube ich, trotzdem viel besser! Egal, nochmal, Leute! Ich würde sagen, wir holen wieder ein paar Upgrades, damit alles wieder ein bisschen schneller geht! Oh, die werden auch immer teurer, die Upgrades! Aber wir können die doch so holen! Okay, jetzt nicht mehr! Hoffentlich war das schlau, Leute! Es muss jetzt besser funktionieren! Komm schon! Ich muss hier wieder irgendwie richtig gut runterspringen und richtig gut landen! Das ist auch richtig wichtig, auf welche Körperstelle man landet, glaube ich! Oh, ich glaube, das war richtig gut! Oh, ich komme schon weiter! Wir haben schon 73, Leute! Wir können nicht mehr viel falsch machen, oder? Wir können, glaube ich, die 100... Ja, wir haben die 100 geschafft! Genau 100! Oha, wie cool! Und? Oha, dafür, dass wir den neuen Rekord geknackt haben, haben wir auch hier Geld dazu bekommen und alles richtig gut! Dann lass direkt wieder von hier oben weitermachen! Und runter hier! Oh, so sieht das richtig hoch aus, Leute! Ich würde hier niemals runterspringen! Viel zu gefährlich! So, zack! Wie fahren wir jetzt? 15! Nein! Das ist gar keine gute Runde, Leute! Ich glaube, die wird nicht gut enden! Nein! 30 Stück! Komm, ich drücke einfach auf Stopp! Ich will nochmal springen! So, let's go! Nächste Runde! Diesmal gehe ich mal hier so runter! Hier waren wir, glaube ich, noch nicht auf der Seite! Und ich glaube, das war eine richtig gute Landung wieder! Komm! Jetzt müssen wir richtig gut die Berge mitnehmen! Komm schon! 56! Weiter, weiter! Und jetzt hier weiter runterfliegen! Bitte! Nicht aufgehen! Komm schon! Das kann eine richtig gute Runde werden! Nein, Leute! Wir werden immer langsamer! Ich glaube, die Runde ist gleich zu Ende, oder? Bitte nicht! Oder? Guck mal, wir kommen immer noch weiter! Wir können uns immer noch weiter bewegen! Wie? Schaffe ich das? Aber nein! Jetzt ist es vorbei! Guck mal, Leute! Wir können uns hier so einen Helium-Ballon holen! Bringt der was? Ich drücke mal auf Kauf! Haben wir den jetzt equipped? Können wir jetzt höher fliegen, oder? Was ist das? Komplett OP, oder? Wo ist der equipped? Ups, Umschalt-Taste muss ich drücken! Dann gucke ich mal kurz, Leute! Funktioniert das? Fliege ich jetzt? Ja, guck mal! Ich fliege weiter hoch! Wie OP-Staste, Leute! Ihr müsst es ja sofort holen, wenn ihr die Möglichkeit habt! Oha, ich bin richtig hochgeflogen, Leute! Das ist ein extra Boost! Das ist ja Komplett OP! Jetzt können wir locker easy in euren Rekord knacken! So, jetzt haben wir schon 91 mit der ersten Landung! Habt ihr das gesehen? Und wir sind immer noch am Start gefühlt! Oha, Leute! Das wird hier wieder ein neuer Rekord! Komm schon! Weiter geht's! 102 hier runter! Oho, das wird wieder richtig viele Punkte geben! Und zack, 112! Okay, Leute! Das war auf jeden Fall ein neuer Rekord! Richtig gut! Weiter geht's, Leute! So, nix! Und jetzt müssen wir das nochmal testen! Ich wusste gar nicht, dass wir das benutzen können! Ich glaube, hier haben wir noch mehr Sachen! Pfeile aktivieren oder so! Was können wir hier noch machen? Irgendwie klappt da nix! Egal! Nochmal, Leute! Runter hier erstmal! Warte, ich will mal testen! Kann ich es entgegenkneiden? Und dann nochmal den Helium-Ballon aktivieren! Ja, das geht, Leute! Ich kann zweimal runterfliegen! Das ist komplett OP! Oha, das ist nicht wahr! Okay, Leute! Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr das Spiel aufspielt! Macht das auf jeden Fall! Und dann gibt's, glaube ich, die meisten Punkte! So, jetzt haben wir 57! Das war keine gute Runde, glaube ich! Lass mal langsam wieder runtergehen! So, ich bin direkt nochmal runtergesprungen, Leute! Ich will's nochmal probieren! Komm schon! Erstmal ganz tief nach unten kriegen wir das irgendwie hin! So, und jetzt wieder hoch! Let's go! Und nochmal überall gegenknallen! Weil ich glaube, wenn wir auch jetzt wieder hier runterfliegen, werden wir gleich wieder richtig schnell! Komm schon, bitte! Wir müssen 100 kmh mit 100 kmh hier runter! Let's go! Okay, wir haben schon längst über 100 kmh! Keine Ahnung, wie viel das gerade genau ist! Aber das sieht richtig gut aus! Und? Wie viel haben wir? Nein! Ich weiß nicht! Die Runde war auch wieder ganz okay! Aber, Leute, wir können schon gleich wieder zum nächsten spawnen! Und dann wird es aber wirklich richtig abgehen! So! Helium-Ballon wieder benutzt! Let's go! Lass ihn wieder hochgehen! Weil wir haben jetzt echt die Knochen! Das ist doch zu wenig! Jetzt schnell nach vorne irgendwie hinfliegen! Ich will dagegen fliegen! Oder dagegen, bitte! Wir müssen das irgendwie hinkriegen! Ja, kriege ich! Und? Zack! Let's go! Und doch mal da vorne! 106! Okay, die Runde war auch okay! Den Ballon können wir, glaube ich, sogar auch upgraden! Wo war der nochmal? Nicht hier! Lass ihn mal upgraden! Hier für 20.000! Vielleicht fliegen wir jetzt noch weiter nach oben! Das wäre richtig gut, Leute! Ich probiere es jetzt mal! Wie hoch können wir fliegen? Und? Let's go! Flieg hoch! Ach, ich muss einfach halten! Ich kann selber entscheiden, wie lange ich fliegen will! Okay, interessant! Dann lassen wir jetzt gucken, wie gut hier die Runde werden kann! Let's go! Runter hier! Und zack! Okay! Das sind 50 Knochen! Ich drücke auf Stopp, Leute! Ich weiß, das wird nix! Ich glaube, der Start ist immer ultra wichtig! Deswegen lass hier nochmal gegenknallen! Ich glaube, das ist eine gute Taktik! Erstmal hier landen, dann wieder hoch! Und dann nochmal da vorne landen! Und das gibt gefühlt extra Punkte! Deswegen, Leute, let's go! Ich fliege wieder langsam runter! Ich sehe ja Potenzial in der Runde, Leute! Die könnte richtig gut werden! Und? 127 Knochen! Wir sind komplett K.O., Leute! Habt ihr das gesehen? Und es geht noch weiter! Da ist der nächste Fels! Zack! Oha, wir sind bei 134! Richtig gute Runde! War das unser Rekord jetzt? Weiß ich gar nicht! Ja, hier steht es! Das ist unser neuer Rekord! So, und wir können schon die nächste Web freischalten! Let's go! So, wo spawnen wir jetzt? Das ist unser neuer Spawn hier! Und guck mal, wir können da hochgehen! Guck mal, da ist so eine Leiter! Und Leute, es funktioniert wirklich! Wir können hier schon hochgehen! Oha, wir springen gleich von ganz oben runter! Oder geht's hier noch weiter? Ja! Komm, wir springen einfach erst mal von hier, würde ich sagen! Weil wir haben eben noch den Helium-Ballon! Erstmal, Leute! Ich hab, glaub ich, ne neue Taktik! Was war das denn? Ähm, egal! Ihr seht es schon! Ich will den Helium-Ballon öfters benutzen! So, ich lande einmal! Dann benutze ich den wieder! Dann fliege ich nochmal hoch! Und so können wir uns, glaub ich, auch richtig viele Knochen kaputt machen! Let's go, Leute! Oha, das geht jetzt noch viel höher! Wir schafften viel mehr als 130, oder? Und das war unser letzter Rekord, Leute! Wie fliegen wir gerade runter? Wie sieht das aus? Aber ich glaub, das ist wieder eine richtig gute Runde! Schaut euch das an! Bitte! Und zack! Wow! Was war das hier, auf dem Endeffekt? Schaut euch an, wie viel wir kaputt bekommen haben! Oha! Okay, Leute, nochmal! Oder Leute, ich würd mal sagen, ich flieg erst mal hier komplett ganz nach oben! So! Mal gucken, ich bin schon fast da oben! Wie krass ist das? Okay, Leute, jetzt ist das eigentlich so, als wäre ich schon bei dem Level, weil ich fliege jetzt schon höher als da! Deswegen, Leute, let's go! Und lass hier runter! So! Oha, das war schon mal ein richtig guter Treffer! Wir haben schon 86 Knochen, Leute! Und wir sind immer noch ganz oben! Das könnte wieder eine neue Rekordrunde hier werden! Ich hoffe, wir kriegen es hin, Leute! Ich darf hier auf jeden Fall nicht stehen bleiben, oder so! Immer weiter runter! So! Wir sind fast ganz unten! Komm schon, wir müssen es auch schaffen, Leute! Bitte! Jetzt mache ich gut landen und zack! Nein! Das war leider hier kein Rekord! Aber trotzdem eine sehr gute Runde! Ich würd doch sagen, wir holen direkt wieder Upgrades wieder! Auch wenn die teuer sind, wir brauchen die Leute! Weil ich glaub, das verschnellert alles ein bisschen! Jetzt aber, wenn wir eine super Landung machen nach unten, das wird die allerbeste Runde! Mal gucken, ob ich es irgendwie hinkriegen kann! So, ich will erst mal hier gegenknallen, dann wieder ein bisschen hochfliegen! So! Ich hab jetzt nur die Hälfte verbraucht! Das heißt, wir können sofort nochmal irgendwo gegenknallen! Hier vorne würde ich sagen, kriegen wir das hin? Ja! Hat geklappt! Jetzt wieder hoch! Und jetzt fliegen wir so hoch, wie es geht! Komm schon! Okay, Leute! Ich glaub, das war doch nicht so eine gute Taktik! Nein! Egal, wir können es auch probieren! 77 Knochen! Weiter geht's! Und 113! Ja, die Runde war auch okay! Aber es geht auf jeden Fall besser, Leute! Ich glaub, wirklich, die allerbeste Taktik ist ganz nach oben fliegen! So hoch, wie es geht! Und ich frag mich, ob die anderen Spieler den Trick hier kennen mit dem Ballon! Weil ich sehe, bis jetzt auch gar keiner die ganze Zeit hier hoch fliegt! Komplett OP! So, let's go! Wir sind wieder richtig weit oben! Fast ganz oben! Guck mal, wie hoch wir hier sind! Hier zwei Spawns oder drei im Vorsprung! Let's go, Leute! Lass hier runtergehen! Wir brauchen eine richtig gute Runde wieder! Nein! Leute, guck mal, ich bleib hier stecken! Das kann nicht wahr sein! Komm, wir müssen weiter runter! Nein! Okay, Leute! Das kann, glaub ich, nicht mehr was Gutes werden! Ich drück einfach auf Stop! Das könnt ihr auch machen, wenn ihr das spielt! Dann könnt ihr sofort von vorne wieder anfangen! Deswegen nochmal von vorne! Let's go! Lass hochfliegen! Mit dem Ballon! Und mal gucken, wo müssen wir jetzt am besten runter? Hier sind die meisten Steine, ne? Dann lass die auch... Dann lass doch wirklich hier durchfliegen! Und ich glaub, so können wir die meisten Punkte kriegen! So, erstmal hier landen, bitte! Ist das eine gute Landung? Oh, ich glaub, die war sehr gut! Jetzt müssen wir nur weiter runterfliegen! Bitte nicht wieder stecken bleiben! Ja! Okay, wir kommen weiter runter, Leute! Sehr gut! Jetzt müssen wir da runter! Und jetzt jeden Fels berühren, Leute! Oha! Das könnte wieder unsere beste Runde werden! Bitte! Ich darf jetzt hier wirklich nicht stehen bleiben! Hundertvier sind da, wird schon krass! Wir sind wieder richtig krass irgendwo gegen geknallt! Ich weiß jetzt nicht, welcher Knopf das genau war! So! Und zack! Das war die Runde, Leute! Und ein neuer Rekord steht hier! Nice! Okay, Leute, ihr seht es schon! Ich hab jetzt ein bisschen Geld gesammelt! Und ich bin auf eine neue Idee gekommen! Ich will jetzt nicht den neuesten Knochenrekord knacken, sondern die Geschwindigkeit, die ich nach unten fliege! Und dafür, wisst ihr, dürfen wir jetzt nichts auf dem Boden berühren! Wir müssen einfach nur durchgehen, nach unten runter! Mal gucken, wie viel wir schaffen können! Oha! Komm schon rüber! 200, bitte! Und... Oha! Das war richtig gut! 240 oder so! Und wir sind, glaube ich, auch noch richtig gut gelandet! Mal gucken, hat sich das hier gelohnt, die Runde? Oder war die... Ja, die hat schon ein bisschen was gebracht! Und wir können auch gleich schon endlich die nächste Map holen, Leute! Den nächsten Spawnpunkt! Fehlt nicht mehr so viel, Leute! Vielleicht können wir es schon nach dieser Runde hier schaffen! Ich gebe immer hier ganz kurz Mühe! Versuche richtig gut zu landen! Okay, die Runde war gar nicht gut! Ähm... Wir können schon längst zur nächsten! Oder sollen wir noch weiter sammeln? Für 850! So, Leute! Let's go! Wir haben genug! Und können jetzt endlich die nächste Map holen! Für 850.000! Oha! Das habe ich übersprungen! Durfte ich das überhaupt? Keine Ahnung! Und... Ich will mit dem ganzen Rest, den wir noch haben, erstmal wieder Upgrades holen! Und die sind schon richtig teuer! Nein! Ich versuche mal so viele zu holen, wie es geht! Okay! Weiter geht's! Guck mal! Wir sind jetzt beim Eisberg! Let's go! Das ist direkt Anfang, Leute! Den Boost hier mitnehmen! Hat sich das gelohnt? Ähm... Ich glaube nicht! Wir haben gar nichts hier für Punkte bekommen! So, jetzt aber! Kann ich wieder hochfliegen, Leute! Schaut euch das an! Das ist hier gleich die vorletzte Map, glaube ich schon! Ich weiß gar nicht mehr, wie weit es noch geht! Aber, Leute! Wir fliegen hier ganz so gut! Oha! Ich glaube, das könnte wieder ein neuer Rekord werden, vielleicht! Wenn wir Glück haben! Wir werden es auf jeden Fall hier wieder runterfliegen! Oha! Wir haben schon 100 Knochen! Komm! Wir müssen weiter bitte nicht aufgeben! Nein! Ich kann nicht weiter, Leute! Ah, Leute! Und ich habe mir gerade gesehen, für was hier diese Items da unten sind! Und zwar kann man die beim Fliegen aktivieren! Ich habe das eben gemacht! Und dann fliegt man einfach noch höher! Das ist richtig krass! Aber! Wir sind auch jetzt schon gut dabei! Alter, Ballon reicht eigentlich vollkommen aus! So, let's go! Wir müssen wieder richtig tief landen, Leute! Mal gucken! Ich will wieder unbedingt einen neuen Rekord haben! Das wäre richtig gut! So, ich glaube, wir fliegen gleich richtig! Nein! Oha! Besser geht es nicht! Schaut euch das an! Der Bildschirm ist kurz wieder unscharf geworden! Oh! Der ist noch runter hier! Nein! Das ist keine gute Runde! Aber, Leute! An sich bis jetzt! Einer der coolsten Roblox-Spiele, finde ich! Das war auch einer meiner ersten Roblox-Videos auf meinem ganzen Kanal, Leute! Ich glaube, das ist sogar das erste! Auf meinem Hauptkanal auf jeden Fall! Ich weiß noch, ich habe hochgeladen Roblox-Knochenbrechen! Das war mein erstes Roblox-Video! Und so habe ich auch Roblox kennengelernt! Richtig cooles Spiel! Weil ich habe hier einfach gefunden, in Roblox gibt es immer so viele verschiedene Spiele! So krass! Aber egal, Leute! Schaut mich hier wieder einen neuen Rekord! Die Runde sieht voll gut aus! Habe ich gerade gar nicht bemerkt! Ich habe so viel gelabert! Komm schon! Weiter geht's! Bitte weiter fliegen! Komm schon! Und... Nein! Wieder nicht! Aber ihr seht gerade an sich, wie das Spiel funktioniert richtig nice! Eine der ersten Roblox-Spiele, die ich kenne oder gespielt habe! Lass auf jeden Fall ein Like da, Leute! Wenn euch das Video gefallen hat! Ich versuche noch meine letzte Runde richtig gut zu machen! Komm schon! Für euch! Zum Abschluss des Videos, Leute! Ich fliege noch mal komplett nach oben, bitte! Jetzt oder nie! Und runter hier! Komm schon! Habe ich fliege jetzt runter! Ich drehe mich richtig gut! Und zack! Weiter geht's! Komm, komm, komm! Hier noch runter! Da runter! Vielleicht auch in den Pool da vorne! Vielleicht schaffen wir das noch! So! Dagegen, Leute! Bitte! Und zack! Oh! Das war richtig gut! Zum Abschluss noch mal! Sehr gute Runde! Aber, Leute! Lasst Klack da! Lasst Amo da! Wenn euch das viel gefallen hat! Und dann bin ich da! Tschüss!